Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Five Nights at Freddy's 4 Doch bevor wir richtig ins Video reingehen, muss ich kurz ein bisschen was erklären. Euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass in der ersten Folge mein Cam, bzw. mein Background irgendwie ein bisschen komisch aussieht. Das liegt daran, dass die Aufnahme schon ein ganzes Jahr lang alt ist und hier einfach nur rumliegt und darauf wartet hochgeladen zu werden. Das liegt nämlich daran, dass ich tatsächlich schon seit Jahren, seit ein paar Jahren versuche, Five Nights at Freddy's 4 aufzunehmen und für euch hochzuladen. Ich habe nämlich noch ein paar alte Aufnahmen von Five Nights at Freddy's 4, da gab es aber immer Probleme. Es gab immer irgendwo Probleme. Meistens war das Problem, ich hatte nicht genug Zeit, das Spiel war zu schwer. Oder in einer Aufnahme habe ich auch einfach vergessen, Ton anzulassen, dass man den auch hört in der Aufnahme. Und nachdem ich das dann gemerkt habe, hatte ich natürlich gar keine Lust mehr, das zu spielen. Ich habe die Aufnahme noch, aber ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Und wenn wir jetzt wissen, was ist Bescheid, die Aufnahme, die jetzt in den nächsten paar Folgen sieht, die sind von diesem Jahr. Also ich habe es dieses Jahr eventuell geschafft, das werden wir dann sehen. Viel Spaß. Sollen wir rennen, Leute? Oh Gott, ich weiß es nicht, aber egal. Du kannst Hilfe finden, wenn du sie nicht überrascht kannst, du musst stark sein. Ich weiß ja nicht. Huh? Ein lilaner Typ, der irgendwen ein Suit anzieht. Okay, wir können ja aber nicht mehr lang. Nee, wir können nicht mehr lang. It's too late, da ist jemand drin. Für mich sieht das immer so aus, wegen diesen Zähnen, dass das immer so ein alter Mann ist mit so ganz vielen grauen Haaren. Sieht das für mich aus, finde ich. Oh Gott, die Figuren. Oh nein. Hat mich eingeholt. Morgen ist ein anderer Tag. Und damit, wir kommen zurück zu Five Nights at Freddy's 4. Es ist lange her. Ich habe bestimmt ein Intro gemacht, wo ich alles erkläre. Wir haben weniger Zeit diesmal fürs Minigame. Auf jeden Fall ist es lange her, ein Jahr um genau zu sein. Bisschen über ein Jahr um genau zu sein. Das will ich auch stehen machen. Ich habe ein bisschen jetzt mehr Ahnung, wie man das Spiel spielt. Ich habe eine kleine Taktik. Ich weiß nicht, ob die gut ist, ob die funktionieren wird. Aber ich habe mir ein bisschen was angeschaut. Und ich hoffe, dass es klappt. Ich habe auch... Die ist mir in der Fall verkackt. Ja, auf jeden Fall. Das gehe nicht hin. Der bewegt sich nicht. Das rollt mich einfach nur. Was soll denn das? Genau. Ne. Das hat sich nicht einmal bewegt. Ich habe so in 5-10 Sekundenabständen immer geleuchtet. Und er wollte nicht. Naja. Night Freer. Hier geht es weiter. Mit dem Spiel. So. Und die Taktik ist... Bis 5 zählen. Und bei 5 leuchten. 1, 2, 3, 4, 5. Ich höre auch Foxy im Hintergrund. So rennt. Das Problem ist, das größte Problem in diesem Spiel sind wirklich die Hintergrundgeräusche. Die sind extrem schlimm. Die machen mich so kürre. 5, 2, 3, 4, 5, 5. Ich höre Foxy die ganze Zeit. Der rennt und rennt. Ja. Oh nein, der ist drin. Oh nein. Foxy ist drin. Kein Drops kill? Okay. Okay. Muss reichen. Die kleinen Threadles. Nein. Wenn man rein gar nichts hat, ist eigentlich immer safe. Das hat mich so erschreckt. Geh weg. Verdammt. Das ist kein guter Run. Wenn Foxy direkt von Anfang an drin ist, ist es sehr schlecht. Das ist immer sehr schlecht. Ich gucke auch immer weg vom Bildschirm. Wirklich jemand? Weg mit dir. Mitte, Mitte, Mitte. Foxy, Foxy, Foxy. Muss reichen. Okay, fürs Erste sollte es reichen. Sollte ich jetzt immer weggucke. Nein. 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 Vielleicht hilft euch die Taktik auch. Nein. Okay. Ich habe nichts gehört, deshalb. Foxy, auf. Sollte in Ordnung sein. Sollte in Ordnung sein. Fünf. Habt ihr es gehört? Da war Breathing. Aber Foxy hat machte Probleme. Nein. Schlecht. Schlecht. One ist tot. Ich guck nicht hin. Ich guck nicht hin. Habt ihr Jumpscaught, oder? Drei. Wie viele noch, bis da was passiert? Chica, 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 chica. Foxy, 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 Foxy. Verdammt. Warum ist Foxy so aggressiv? Fick mal durch. Fick mal durch. Mein Gott. Das war offensichtlich. Ich weiß by the way nie, wie lange man überhalten muss. Ich mach mal so ein paar Sekunden. Hä? Okay, Kitchen. Wenn ihr Küchengeräusche hört. Und Foxy war schon drin ist. Braucht ihr theoretisch gar nicht mehr... Gar nicht mehr rechts nachschauen. Oh. Okay. Wenn das Plushy da ist von Foxy, ist das sehr gut. Das ist ja ganz weg. Okay. Er ist gerade zu mir hingelaufen. Aber jetzt ist er weg. Ja, ist gerade weggegangen. Ich höre, Küchengeräusche nicht mehr. Das ist, was ist wieder da? Ja, sie ist direkt vor der Tür. Wollte gerade reinkommen. Nö. Tschüss. Biesig. Danke. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Ist okay. Hinter mir. Das fackert die ganze Zeit. Das macht mich so körre. Das macht mich so verwirrt. Hä? Okay, das ist ganz leichtes Breathing. Das ist aber böse. Das ist aber richtig böses Breathing. Das ist so einzuatmen. Alter, die sind aber recht aggressiv. Was zum? Ich hab doch zugemacht. Bullshit. Nein. Oh, fick dich. Nein. Nein. So früh. Reset. Das mach ich nicht. Man kann mit F2 übrigens resetten. Sollte man an manchmal machen. Bro. Stopp. Dein Ernst? Foxy, 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 Foxy. Ja, war mir klar. War mir klar, du kleiner. Du kleinerer Bauke. Du kleiner. Du kleiner. Perfekt. Okay. Hot up. Würde ich ja nicht sehen. Okay. Gut, gut, gut. Chica, 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 chica. Das war komisch. Borny, Borny. Dann Foxy direkt. Ich hör gar nix. Foxy, 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 Foxy. Okay, Foxy läuft. Relativ. Naja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, Foxy macht mir Angst. Foxy macht mir Angst. Ganz leicht. Der ganz leicht geatmet. Oh mein Gott. Foxy, 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 Foxy. Macht Stress. Ja, war klar. Eins, zwei, drei. Geh weg. Okay, ist okay. Ist okay. Muss ich beeilen. Hinter mir, hinter mir, hinter mir. Okay. Es flackert immer. Fuck. Oh, das war offensichtlich. Das war definitiv offensichtlich, dass er da war. Foxy. Böser Hund. Ganz böser Hund. Ganz böse. Gut. Nee. Nee. Gut. Scheiße. Da muss ich mich beeilen. Da muss ich schneller machen. Gar nix mehr. Stille auf einmal. Da kommt um wer. Da kommt um wer. Scheiße. Die sind unterwegs. Die sind ganz klar unterwegs. Okay, Foxy ist komplett weg. Foxy ist weg, erst mal. Die sind alle unterwegs. Fahren mit dem Bus. Mit dem Expressbus zu mir nach Hause. Das müsste jetzt. Ja, genau. Müssen weiterhin sein. Genau. Ah. Ah. Sollt okay sein. Ja. Bis durch. Bonny, 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 Bonny. Ich habe gar nix. Dann ist auch nicht da. Nü. Das war relativ knapp. Relativ. Aber das ist ganz relativ. Muss ich weg. Okay. Rechts. Schicka, schicka, schicka. Es läuft da rum. Irgendwo. Okay, Bonny, Bonny, Bonny. Five, oh mein Gott. Oh mein Gott. Foxy, 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 Foxy. Oh. So schlimm war gar nicht, Foxy. Die bewegen sich. Die bewegen sich. Chicken, 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 chicken. Ja. Das habe ich sofort gehört. Das war das eindeutigste ever. Hinter mir. Irgendwas flackert. Ja, die beiden. Die Pisser. Geh doch. Das meint es aber ja richtig ernst. Foxy, 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 Foxy. Schnell, 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 schnell. Ich zitter. Ich zitter ohne Witz. Ich habe Angst. Okay, gut. Chicken, 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 chicken. Chicken. The chicken, the chicken. Mhm. Oh my God. Two days until the party. He hates you. Ich weiß. You have to get up. Aufstehen. You can get out this time. But you have to hurry. Okay. No. Don't you remember what you saw? The exit is the other way. Hurry and leave. Okay. Rennen wir ganz schnell weg. What? What? A bit weird. Look over here. Big teddy bear. What? Hey, hey, you there. That's our friend. Where are you? Ich glaube, das ist eher Plushtrap, oder? Fun with Plushtrap, so? Okay, da unten, kann auch da links gehen? Hallo! You better watch out, I hear they come to life at night. And if you die, they hide your body and never tell anyone. Why do you not look so worried? See you at the party, haha! It's a joke, but it's not a joke. And hey! Let's go back there! What are you saying? Aren't you the kid who always hides under the table and cries? Hahaha! No one else is scared! Why are you? Stop being such a baby! Da unten ist er. Er beobachtet uns überall! Der kleine, kleine Fettbeer. Oh, Otto. Könnt ich einsteigen? Schade. Are you going to the party? Everyone is going to the party! Mr. Krabs, kommen Sie auf die Party! Ich gehe auf die Party! Oh, wait! You have to go! It's your birthday! Haha! Mein Geburtstag. Wie alt wären wir da? Hm? Übrigens nicht wundern, dass die ganzen Aufnahmesessions immer jeden Tag anders aussehen. Also, jede Nacht, jeden Tag, immer ständig anders aussehen. Äh, mein Herz kriegt das nicht mit. Also, mein Herz macht das nicht mit. Mehrere Versuche an einem Tag. So viel. Huh! Be careful. Ist er wieder hinterm Bildschirm? Nee! Oh! Ah, doch! Wie ist der Eck? Fredbear and Friends, 1983. Fredbear Foxy? Bonnie? Chica? Und natürlich Freddy! Fredbear and Friends! Aber da das Datum. Wir haben 1983. Ha! Haben wir nicht irgendwo in FNAF 1 oder 2 oder so in 1987 oder sowas um den Dreh? Ich meine, da war mal was. Also, dieses Spiel ist chronologisch, glaube ich, das erste. Weil es am frühesten spielt. Ist jetzt doch alles okay. Ist doch niemand. Ist doch niemand. Ist doch ein Mangle Peter. Aber ein bisschen Kapuze auf dem Boden. Na gut. Wie hat mich das jetzt erschreckt! Oh man! Tomorrow is another day. Morgen ist ein anderer Tag. Juhu! Fun! Und so! Ne? Offensichtlich hat man hier Spaß! Und diesmal haben wir nicht mal ne Minute. Nicht mal ne Minute! Dafür müsste aber auch im Normalfall viel aggressiver sein als sonst. Wurde grad aufstehen. Muss ein bisschen mehr warten! Ach man! Steh doch auf! Bei 20 mach ich wieder. Bei 20 mach ich wieder. Bei 20 mach ich wieder. Okay. Ich bin nämlich zu gut drin. Ne. Hab ich verkackt. Ne. Verkackt. Ne. Mal jetzt mach ich nochmal. Ne. Bin ich nicht. Bin ich nicht cool drin. Nicht wirklich. Okay. Nacht. Nacht. Für. Oh Gott. Ich mach jetzt mal Pause. Oh mein Gott. Ich kann nicht. Pause! Vielleicht noch hier die Folge zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über den Like freuen. Mein Herz pocht und pocht und ich... Ich fühl mich jetzt nicht ganz viel zufrieden. Ich hab mir ein bisschen Energie zu gedruckt. Weil... Mein Herz zu hören und pocht. Also... Für mich ist das immer noch das schwierigste. Und... Vor allem gruseligste FNAF Spiel. Also ich weiß nicht wie ihr das seht. Aber für mich ist das auf jeden Fall so. Und äh... Ich hoffe es hat euch trotzdem irgendwie unterhalten. Äh... Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wiedersehen wird dann Nacht 4. Und vielleicht sogar Nacht 5 machen. Ist das schon das Ende des Spiels? Hm. Wie ich das überhaupt schaffe. Mua mua. Ja, ja. Warte mal. Hört ihr das auch? Ich... Aum August! Ich... Das wird jetzt nicht offen sein. Ich... 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 Untertitelung des ZDF, 2020